Hi, Willkommen zurück bei Dishonored. So, mir gucken wir jetzt mal, dass ich mal in das Büro rin komme, aber möglichst ohne dass die uns wieder sehen. Ich habe nämlich keine Lust, dass es ausartet. Aber wahrscheinlich wird es das. Ich meine, ich kenn mich ja. So, kann ich hier... Okay, schon gedacht, ich kann eher gucken, aber kann ich nicht. Dann gehen wir halt immer nennen. Oh scheiße. Oh fuck, 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 fuck. Wer hat das? So, holen wir dich hier mal. Hat der wei geschnarcht? Hühnchen, Hühnchen, was gehört. Das wäre witzig. Als Sache nur gefüllt, finde ich gut. Der hat da ist. Der wird doch nicht etwa da rin kommen. Nee, kommt da nicht. Gott sei Dank. Gut. Das wäre witzig, der ist. Gut. Der läuft mal zu viel da rum, muss ich ehrlich sagen. Guck da in meine Richtung. Das ist ja schon. Aufkommen. so mein borscht er schnarcht cool so moment was zeigt er an in den boulevard will ich hier wahrlich nicht oh 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 eine rolle da oben cool informant das auto oben das ist schon mal schön ist das neu er ist jetzt gar nicht Ja, was da ist. Okay, ein Informant und da stehen ein paar Typen dabei. Oh, okay. Die gehen weg. Was denn hier ist schon wieder? Ja. Wenn du da dran kommst, ich habe gedacht, ich kriege noch was. Oh, Moment, da hinten. Ich gucke es erst dahinter nicht irgendwie. Was denn will ich schaffen? Ich gucke es. So, hat ihr doch was gemerkt? Ich habe eine Schlüssel gekriegt. Sehr schön. Oha. Was machst du? Ich habe nur was gesehen. Jetzt tun wir uns mal um dich kümmere. Wow, 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 wow. Was machst du? Ich bin mir doch nicht sicher, aber... Das hätte gelangt. Dann mal können wir angehen. Ich kann bitte, sobald ich mich jetzt entscheide, da rausgehen, dreht er sich rum. Und deshalb... Ich bin mir von was sicher. Guckt dir der Ratto zu oder was? Oh, was haben wir denn da? Ohne. 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 Sehr schön. Ähm. Suche nach... Bringt den Audiograph zu Slackshore zurück. Ja? Wo ist der? Audiograph. Irgendwo sowas sehen? Moment. Mal kurz gucken. Ähm. Bringt den Audiograph. Habe ich da schon was? Inventar. Ähm. Ausrüstung. Munition. Irgendwo Questgegenstände. Notizen. Audiographen. Ach, Missionsgegenstände. Ach, das ist das Ding, das ist der Audiograph. Okay, alles klar. War... War ein bisschen verwirrt, ob es das tatsächlich ist. Okay, dann... Wir haben... Drei Rune. Hm. Erstmal probiere. Na ja, das ist doch Hammer schon. Das ist nochmal Beherrschung. Anderer Menschen. Das hätte natürlich... Stil. Ich übernehme auch's mal. Okay. Denn... Ob da nur irgendwas ist... Was, was man aufsammeln könnte... Was immer diese... Federnmauer. Okay. Hier ist nix mehr. Doch, du Beutel. Find ich gut. Der Hals da ist. Das ist scheinbar nix mehr. Oh ja. Ach, das sind Münze. Alles klar. Da... Bespeit auch nix. Oder besser gesagt niemand. So, das können wir eigentlich wieder... ... 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 Ressort heute mal schon mal geguckt. Können wir jetzt auch genauso gut wieder zum Slack-Jaw ranne. Und die dumm, die dumm. Und aber die Dächer, damit man nicht auffalle. Oh. Nehme ich natürlich. Nehme ich gerne. So. Oh. Heiho. Gut. Gucken wir mal. Weil du immer ein Stück Geld hast. Ich weiß doch, dass ich nicht weiß, welche Münze wie viel wert ist. Meine Apotromisen beliebt. Was ist das? Informationen über meinen vermissten Mann? Dann schieß los. Bin ich über gespannt. Ich bin gespannt. Slackjaw, ich bin's Crowley. Für den Fall, dass du nicht zurückkommst. Du hattest recht. Jemand fühl deinen Tod. Will die Destillerie übernehmen. Die ganze Bottlestreet Gang. Kommst nie drauf, wer es ist. Hat er auch keinen Schimmer. Deshalb brauchte ich so lang. Wollte sicher gehen. Was ist das? Ach. Nein. Nein. Ah. Crowley ist tot? Schade. War einer meiner besten Männer. Aber du und ich hatten ein Geschäft und ich halte mich immer an die Abmachungen. Nimm den Schlüssel hier. Ist nicht für die Golden Cat, aber für den Captain's Chair. Ein verlassenes Hotel, seit die Seuche diesen Stadtteil besucht hat. Geh die Treppe hoch und dann aufs Dach. Von da aus kommst du ins Golden Cat Bordell. Hört sich gut an. Siehste? Slackjaw hält sich an Abmachungen. Fast wie die Männer, die die Stadt regieren. Vielleicht ein bisschen besser. Denk drüber nach. Vielleicht können wir uns nochmal helfen. Ich kann die Pendletons mit dich erledigen. Leise und ohne Mord. Oh. Das hört sich interessant an. Hm. Natürlich sind wir da interessiert. Die Cat feiert heute eine große Neueröffnung. Viele reiche Kunden. Auch ein Kunsthändler heißt Bunting. Hat einen komischen Geschmack, sagen zumindest die Ladies. Aber auch schicke Sachen in seinem Haus, gut verschlossen. Was ich brauche, ist die Kombination für seinen Tresor, um das Zeug da rauszuholen. Auch die Pendletons wohnen da seit Monaten, weiß nicht warum. Also lungern da viele Stadtwachen und andere Soldaten rum. Bring mir die Kombination, mein maskierter Freund. Und dann erledige ich die Pendleton, Brüder. Ganz einfach. Muss sie nicht mal berühren. Und ich verspreche dir, ich töte sie nicht. Und niemand sieht sich jemals wieder. Wenn das kein Geschäft ist, weiß Slickjaw es auch nicht. Oh, also, das hört sich doch verlockend an, muss ich sagen. Hm. Das ist jetzt. Mann, die Golden Cat müsste man doch wählen. Der Emily. Nicht tödlich, finde ich den. Hm. Wollen wir das mal versuchen? Ne, da wollen wir mal gucken. Also, das fühlt sich sehr interessant an. Die Kombination. Wo ist die? Mit dem seiner Wohnung vielleicht. Der Kunsthändler. Das ist sehr schön. Also, das würde ich sagen, machen wir auf jeden Fall. Nicht tödlich. Welte Chaosfaktor niedrig. Immer noch. Alles voll. Ah. Das ist interessant. Hat er wahrscheinlich nur der H. Gibt, dass man nix über die Emily erfahren. Würde ich jetzt mal annämen. Aber das... Joa. Geht bestimmt auch so weiter. Jut. Oh, Knochenartefakt. Captain Chair's Hotel. Moment. Ich muss doch bei Kunsthändler. War doch nicht irgendwie... die Wohnung vom Kunsthändler. Wer hat da ist. War da nett doch auch. Die Wohnung vom Kunsthändler. Was will da der Kollege? Zur Wohnung des Kunsthändlers. Müssen wir hier rin? Ah. Ähm. So, wie war das? Wie war das? Ich muss jetzt eher schon mal... Braucht der eine Schlüssel? Da hat wahrscheinlich der Kerl nämlich an. Aber das Captain Chair's Hotel, das ist wahrscheinlich das, wo man... hinmüsse. Achtung, Bürger von Dunwall. Ab sofort wird Wahlöl nur noch rationiert abgegeben. Missachtung dieser Vorschrift ist strafbar. Ja, ist nice. Zu weit. Ähm. Dann würde ich doch fast sagen. Gehen wir wieder über unser... Ausweichroute durch die Höhne an. So, rein spielmechanisch müsste ich... hier sicher sind. Das war nichts. Du kannst wieder gehen. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Oh. Nicht so wild. Ja, ist nice. Dreckige Schlammkriege. Woher hat eine Pennerin wie du das Elixier? Wir sind seit einer Woche auf halbera... Hey du. Verschwinde. Das ist eine private Feier. Hilfe, Sir. Bitte helfen sie. Sei du rot. Dann das ist so. Füllst du die Waffen? Aha. Vorsichtig. Hörst du dem Fluss landen? So hilft mir doch jemand. Da war mal ein bisschen zu langsam. Da war mal ein bisschen zu langsam. Und mir war gar nicht geduckt. Tja. Das war natürlich dumm. Aber... Aber... Ja. Captain Chairs Hotel. Das ist schon da vorne. Ja, was da ist. Ach so, Palette kennen wir wohl kille das. Das hat wohl keiner was. Hoffe ich doch. Oh oh. So. So. Achtung, Bürger von Dunwall. Dieser Bezirk steht ab sofort unter einer Wahlhöhe. Ausgabe-Spanne. Die Einhaltung wird schrecklich durchgeteckt. Ah ja. 25 Meter. Also direkt... innerhalb dem Gebäude. Wo gucken. Du leid, was truf. Okay, okay, okay. Oh fuck. Naja. Okay. So. Das ist schon mal schön. Zumindest mal hier drin. Das ist gut. Ist scheinbar auch sonst keiner. Hoffe ich doch. Ohne oder Knochen-Artefakt in der Nähe. Das hört man gerne. Knochen-Artefakt 16 Meter. Was ist denn da hinten dran? Nichts. Der Haus da ist. Das ist ja schon mal hier ein bisschen umgucken, bevor wir... Oh ja. Knochen-Artefakt. Knochen-Artefakt. Was haben wir da ein schönes? Wink? Ne. Albinos. Weißen Ratten. Was ist denn das? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber wir gucken uns hier schon mal noch ein bisschen um, was wir hier... Oh, fuck. Wow. Das war nicht gesund. Hier, Ratte. Ah, zur Golden Cat. Das sind wir. Der hat das... Gut, die kommen... Ne, die Bleiblohn. Alles klar. Okay, hier ist es die Golden Cat. Und ich würde sagen, du geh mal dann das nächste Mal hin. Bis dahin dann. Bye, bye. Bis dahin. Vielen Dank.